Oh mein Gott! Ich glaub, ich spinne. Oh, Hauptkommissar, was kann ich für Sie tun? Ich glaube, dass Sie für den Mord an Sebastian verantwortlich sind. Das schafft sie doch eh nie. Wo ist Sebastian? Ich hab keine Ahnung. Er war gestern ziemlich komisch. Weißt du warum? Mein Informant hat die Sache geregelt. Enrico wird hier in Kürze auftauchen und dann können wir ihn fragen, ob er dahinter steckt. Okay, danke nochmal. Ihr schon wieder. Ich hab dich auch vermisst. Wissen Sie, wie das ist, jemanden zu verliehen, der ihm wichtig war? Ja, das weiß ich. Oh nein, Max! Saskia! Es war kein Infarkt! Ruhig dich! Ich verstehe ja, dass du traurig und blühten wirst, aber du musst objektiv bleiben. Ich verstehe ja, dass du traurig und blühten wirst, aber du musst dich! Untertitelung des ZDF für funk, 2017